Ich muss sagen, Eintagseule bin ich nicht selber draufgekommen. Also in gewisser Maßen nicht selber. Es gab in Hardcore-WOW, ich liebe den Namen, ist einer meiner Lieblingsnamen für einen WoW-Char. Es gab in Hardcore-WOW, Shoutout, gab es in der Gilde, die hieß Eintagsfliegen. Und ich fand den Namen ziemlich geil für Hardcore-WOW. Weil in Hardcore-WOW stirbst du weg, die meisten sterben im ersten Tag. Weil ich war ein cooler Name, dann habe ich mir den gejoinkt und dann habe ich danach ein Projekt gemacht. Und das Projekt war Projekt Eintagseule, auch Hardcore-WOW. Und da habe ich jeden Tag, habe ich jeden Tag ein Level, habe ich gemacht. Das war das Projekt. Und der Chark kam, glaube ich, bis Level 9. Und da bin ich an dem Bug gestorben, weil mein Add-On nicht funktioniert für einen Teiltrank. Und den Namen habe ich aber behalten. Und ich finde Eintagseule ist ein geiler Name.